Oh... Albern. Das ist so albern. Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Fidel Castro. Ja... Wie entstehen Kinder? Na, Intimarbeit. Ja, Intimarbeit. Ja... Ich kannte mal einen tollen Witz über Amnesie. Aber... Ich hab ihn vergessen. Ja! Ist gut. Wie findet Knecht Ruprecht den Weg? Mit dem... Rutenplaner. Hm... Okay. Wo in Baden Mücken? Ganz klar Insekt. Ah, der ist gut. Echt gut. Welche Worte machen Ihnen heiglich? Mann über Bord. Das ist... Fies. Das ist irgendwie fies. Wo haben Inder die Toilette? Oh, das weiß ich. Nee, am Ende des Ganges. Oh, der Fluss. So ist dieser Fluss in Indien. Das war bis jetzt der Beste. Ja, klasse. Warum weint ein Alki, wenn er vom AA-Treffen kommt? Weil es so ernüchternd war. Okay, wo wohnen Katzen? Klar doch. Das hab ich schon oft erlebt. Das war's? Das ist der ganze Witz? Ein toller Witz. Ich lach mich gleich tot. Mietzhaus. Ah. Ja. Abendzeitungsschlagzeile. Comiczeichner tot aufgefunden. Tatumstände noch Skizze. Ja, er ist cool. Oh man, ich liebe das Buch. Wie bezeichnet man einen ausgehungerten Vampir? Ah, okay. Blutarm. Ja, okay. Okay. Was macht ein Hacker am See? Oh. Pisch. Pisch. Pisch mit PH. Das ist so doof. Das ist so doof. Das ist sowas von doof. Was hat ein Bourdieu? Ein Fernrohr. Wow. Nein. Pui. Wo kauft ein einahmiger Ei? Im Second-Hand-Shop. Da war dieser Typ, der eine Cola-Dose an den Kopf bekam. Zum Glück war es ein Softdrink. Pfff. Pfff. Einmal. Ja. Warum essen Blinde gern Mohnbrötchen? Da stehen immer so schöne Geschichten drauf. Oh. Oh. Wie gemein. Wie gemein. Sagt der große Stift zum Kleinen. Wachs mal Stift. Oh. Ist der doof. Aber gut. Auft. Auf geht's geht's geht es gut. Wie auf? Bear mit 91, Neugier H&S. Auf beter...